Ich bin in einer Mehrgenerationen-Familie aufgewachsen und da hat unsere Grossmutter die Nanen dazugehört. Sie ist ziemlich früh pflegebedürftig geworden und für uns ist es ganz normal gewesen, für uns Gofen und Familie, dass wir der Nanen helfen. Ich musste die Beine einbinden und die Beine ausbinden, eincreme und habe bei ihr am Abend noch hückeln und fernsehen zusammen mit ihr und sie hat immer gesagt, du gibst dir mal einen guten Pfleger. Und ich habe alle gesagt, nein, sicher nicht Nanen. Und schlussendlich hat sie, glaube ich, einen Haufen beigetragen, dass ich noch ein Pfleger geworden bin. Neben meiner Ausbildung musste ich auch ins Militär und dort bin ich als Spitalsoldat eingesetzt worden. Ich habe Militär gehasst, aber ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Lernen über Pflege lerne. Ich mache heute den Beruf noch unheimlich gern. Trotzdem habe ich eine Mache und das erfahrt ihr im Text.